Hallihallo, da bin ich wieder mit Splinter Cell Convection. Wir haben gerade eben den ersten Generator markiert und hier geht schon wieder die Post ab. Sauerei. Ein Nummer 1, ähm. Wo haben wir denn? Jetzt geht er weg. Haben wir sie alle? Ist jetzt ein bisschen übermütig gewesen, ich gebe es zu, aber meine Güte. Manchmal kann man auch einen auf Rambo machen, anstatt hier so reinzugehen schnell und so hier und so, ne? Und alles nur, weil ich die Ansprache halten musste. Nee, nee, nee. Demnächst sage ich überhaupt nicht mehr Hallo, sondern leg einfach los und alles ist gut, alles ist herrlich und schaffe ich alles auf Anhieb wunderbar und so, ne? Glaubt mir jede. Schön zertrümmert. Und rostig. Dann gehen wir mal hier runter. Ach guck mal da, das hatten wir. Das ist ganz einfach. Könnt ihr in meinetwegen voll Blei pumpen. Jetzt beeilt euch. Los, die Uhr tickt, Leute! Okay, die Uhr tickt. Okay, die Uhr tickt. So, ich hoffe mal wir haben jetzt so der volle Muni. 250 Upgrade Punkte hätten wir noch. Da könnten wir doch mal... Da könnten wir doch mal... Das haben wir eigentlich schon voll. Hm. Das kann man da nicht so upgraden. Hm 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 hm. Nö, ich bleib bei der 5-7. Die ist schöne. Und wir haben volle Gadgets wieder, das ist sehr schön. Und dann geht es hier jetzt endlich weiter. Speicher. Grau. Oder längst tot. Schüsse gehört? Ich hab keine gehört. Was soll das denn heißen? Wenn unsere Jungs und dieser Fischer noch am Leben wären, würden sie auch mit schießen, stimmt? Stimmt. Und wenn keiner schießt? Dann bedeutet das, dass entweder sie oder er tot sind. Und wenn sie ihn erwischt hätten, hätten sie was gesagt. Scheiße. Wir sind sowas von erledigt. Ja. Ähm, ja, äh... Schüsse, Explosionen, habt ihr nix gehört? Ihr seid wohl taub. Idioten. Was? Ich habe hier vielleicht was. Ich bin sicher nicht. Okay, ich warte. Mhm. Okay. Ah, da ist ja noch jemand. Da ist noch jemand. Eieiei. Eieiei. Ähm Hier ist nichts Kommt der zurück Wow Genau so habe ich mir das auch vorgestellt Okay so geht es also auch Eieieiei Ich meine Ruhe durchschleichen darf man sich Oh nein So läuft das nicht Ich nähere mich dem Ziel Euch kennt den Bereich Findet und tötet ihn Kannst ihn mir nur nicht sehen Fischer läuft hier frei rum Leute Macht ihn fertig Toll hier komme ich natürlich nicht weg Eieieiei Ich habe die Steuerung nicht mehr drauf Nach einer kurzen Pause Nein 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 Okay ich habe sie nie drauf Hier bei Convection Ich bin die Alte Dann explodiert Wir haben ein Problem Sucht nach Eindringlingen Granate Scheiße So ein Dreck Feindliche Einheit Okay ich glaube ich werde jetzt einfach mal Genexecutor hin Irgendwie sehen die mich ja egal wo ich bin Jetzt haben die natürlich keine Ahnung dass ich da war Also das Spiel ist sehr darauf ausgelegt Das Feature einzusetzen Und ich weigere mich halt Normalerweise Extrem dagegen Ja ja wie war das wiederholt So ein Dreck Vergiss es du Penner Gegner ist in der Nähe Und wie Hier scheint sich jemand rumzutreiben Sucht und findet ihn Wer treibt denn sich hier rum Tut mir echt leid Ich sehe hier gar nichts Naja nicht wirklich Das sind doch alle Penne Ups Shit Habe ich den einen da drüben jetzt auch noch erledigt oder Ja sieht so aus Verzeih keine Spur vom Gegner Sieht nach einem Hinterhalt aus Ich halte keine Position So hier ist der nächste Kann ich hier drunter durch Das ist ein bisschen Arsch Aber ich kann den man so machen Und dann ist er weg Das probiere ich lieber nicht nochmal Naja war doch ganz lustig Ich habe sie an Bord Wir kommen zu dir Dad? Was ist los? Mr. Kost hat versucht es mir zu erklären Aber Nur die Ruhe Entspann dich mein Schatz Alles wird zu Ich weiß dass du beschäftigt bist Ich bring deine Tochter her Und Kampfhäden schießt auf mich Nur die Ruhe Kein Problem Penne Kann ich die Dichte ausschießen Sieht nicht so aus Nur Ist mal die da Das Licht da oben Kann ich natürlich auch nicht ausschießen Bis da oben auch nicht War seine Scheiße Also ich schießt Ich schießt gerade Danach ist es mit Pausen Da kann ich durchrennen So jetzt Ich schießt gerade umgebracht Was für Idioten ey So nah war ich doch gar nicht mehr So ich glaube das waren sie wieder Schnell in die Hütte Ich werde von einem Hubschrauber beschossen Dir fällt schon was ein Ich brauche die Koordinaten Sonst sind wir am Arsch Eine Sekunde Hier ist leider nirgendwo ein Taxi Mit dem ich so den Hubschrauber zerstören kann Schnell in die Hubschrauber Entschuldigung Hier ist ins Gebäude gegangen Hier so entschuldige ich mich Und renne dann in meinen Tod Ich wusste halt schon Dass sowas passiert Oh Meinste So wo haben wir die lustige Da haben wir sie Zack Zack Den da drüben noch erledigen Warum machst du eine Rolle Da ins Kampfgebiet Bist du des Wahnsinns Du kranker Bastard So jetzt in die Hütte Ich werde von einem Hubschrauber beschossen Ich fällt schon was ein Ich brauche die Koordinaten Sonst sind wir am Arsch Eine Sekunde Schön wie der reingerannt ist Also ich würde mal sagen Die Granate hat auf jeden Fall gesessen Ich weiß jetzt nicht Ist da noch überhaupt eine Ja Irgendwo ist eine Der schreien konnte So Ganz schnell Vic Hast du's Na aber hallo Hey Sam Wie war das Timing Ab drehen Schaffen sie uns raus Das ist ein Entwickler Der Feuer Ja ja Schon klar Entwicklung Alter Ihr geht gleich rund Dad Sarah 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 Sie sagten, du seist tot, Ed, du seist tot. Sam, tut mir leid, aber ich höre den Black Arrow Funkverkehr mit. Uns läuft die Zeit davon. Du kannst neben mir sitzen, aber wir müssen los. Alle brav angeschnallt. Nächster Halt, 1600 Pennsylvania Avenue. Das ist Grimm dort. Bei unserem letzten Gespräch hat sie mir nur gesagt, wo ich Sarah finde. Dann meinte sie noch, sie würde Reed aufhalten. Mehr weiß ich nicht. Wir werden ihr doch helfen, oder? Sie hat immerhin auf mich aufgepasst, als du fort warst. Sie hätte mir auch einfach eine neue Identität besorgen und abhauen können. Sie hat mich nicht im Stich gelassen und das werden wir jetzt auch nicht tun. Keine Sorge, Kleine. Wir sind auf dem Weg. Es wird nur etwas dauernd. Ich muss eine Route wählen, die nicht im Wirkungsbereich der EMP-Waffen liegt. Mein Gott! Verdammt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Furchtbar. All die armen Leute da unten. Reed, was zum Teufel hast du getan? Rakete! Rakete im Anflug! Sarah! Festhalten! Festhalten! Meine Annahme, dass es noch keine Flugabwehrstellungen beim Weißen Haus gab, bewies sich als falsch. Rick, alles okay? Ja, Sarah. Mir geht's gut. Dad! Dad! Du musst aufstehen! Komm, du musst aufstehen, Dad! Sarah! Sarah! Du bist okay? Gott sei Dank. Hat mir schon echt Sorgen gemacht. Mir geht's gut. Zum Glück hat Rick uns heil runtergebracht. Hier! Warte mal eine Sekunde. Tja, so viel dazu. Hätte mir ohnehin nichts mehr genutzt. Glaube, die brauchst du nötiger als wir. Wo hast du die Veste her? Beim Hubschrauber. Der Rest ist hinüber. Raketen machen gründliche Arbeit. Ja, das hab ich gemerkt. Sam! Was machst du noch hier? Schwing deinen faltigen Arsch zum Weißen aus! Ich lass meine Tochter nicht hier, Vic. Sarah, kommst du da irgendwie vorbei? Dad, schon okay! Dir passiert nichts, Sam. Wir sind sechs Blocks von meinem Büro weg. Meine Leute erwarten uns. Grim braucht deine Hilfe. Grim kann warten. Bei Sarah gehe ich kein Risiko ein. Dad, er hat Recht. Du musst etwas unternehmen. Vertrau mir, alles wird gut. Wir sehen uns bald wieder. Ich verspreche's. So, und da war das Familienwiedersehen ein bisschen mit einem quasi verschwörungsterroristischen Akt vom Third Ecolon-Chef Reed ein bisschen überschattet. Ja, und jetzt müssen wir mal in der Nähe vom Weißen Haus und im Weißen Haus auf die Kacke hauen. Aber das sehen wir erst beim nächsten Mal. Also ihr, ich seh's schon früher. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.